Yeah! Bin ich jetzt cool? Ich kann das nicht mit einer Hand drehen. Mit der anderen halte ich die Kamera. Jetzt hat... Yeah! Bin ich... Oh, das ist nicht schnell. Äh, 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 wartet mal ganz kurz. Nee, nee, nee. Jetzt hat... Ah, bin ich cool? Hm? Bin ich cool? Äh, wirklich, Leute. Das ist das Einzige, was ich gemacht hab die ganze Woche. Weil ich ja... Dank dem hier... Nicht aus dem Bett kann. Das ist das Einzige, was ich die letzten Tage gemacht hab. Noch dazu... Ist das Internet ausgefallen. Das heißt, wenn ich dieses Video hochlade, hab ich mein Internet wieder. Und ja. Jetzt gerade im Moment hab ich überhaupt kein Internet. Und das schon seit einer Woche. Und... Äh. Ist mir grad fast aus der Hand gefallen. Jetzt bin ich schon seit einer Woche nur noch am Duster machen. Es ist für mich... Es ist langweilig und es ist sinnlos. Ich versteh nicht. Ich versteh's nicht. Das ist ja mein Würfel besser. Also ich hab'n Würfel, mit dem kannst du richtig rumspielen, für unruhige Hände. Weil ich hab' sehr unruhige Hände. Und der ist ja viel cooler, auch wenn ich eher mit der Schnur, welche am Würfel befestigt ist, spiele, wie mit dem Würfel selbst. Aber der ist cooler wie... Sorry Leute, aber ich versteh's nicht. Aber hey, bin ich jetzt cool? Bin ich jetzt im Trend? Oder bin ich wieder zu spät? Ich bin immer zu spät aus irgendeinem Grund, mit irgendwelchen Trends. Hm? Bin ich jetzt voll cool? Das ist alles, was das Ding kann. Und ich würde es jetzt halt von einer Hand zum nächsten, hin und her reichen, die ganze Zeit. Das Problem ist, mit einer Hand halte ich die Kamera. Und mit meiner linken hier. Spiele ich jetzt damit, wenn man das Spielen nennen kann. Das einzige Gute an diesem Ding ist, dass es jetzt halt Luft macht. Aber auch nur so eine ganz sanfte Brise gegen meine Finger. Mit den Temperaturen kann ich das auch gebrauchen. Nee, aber ansonsten... Ich liege gerade im Bett. Das ist eine Decke. Mir ist langweilig. Ich hab die letzten... Mir ist wirklich furchtbar langweilig. Naja.